Heihe, liebe Leute, mein Name ist Tugel-Prain. Ich habe keine Genussung gemacht, also ja, hau rein. Ja, wir spielen einfach mal eine normale Runde Survival Games, also der Server ist nicht der normale. Das ist Blitz Survival Games. Können Sie sich ja auch halbüxeln? Ja. Ein hilfreicher Tipp, wenn ihr das Spiel spielt. Am Anfang bekommt ihr sehr wenig Trausschaden, also könnt ihr runter springen, wo ihr wollt und macht ein Spielschaden. Ein Pferd. Echt? Ja. Ruhlschwert. Oh, ich habe Schuhe für dich. Ich habe schon Schuhe. Okay. Ich habe Eisenschuhe und ein Brustpanzer, also. Ja. Wir spielen hier zusammen. Und bis dahin, weil man im Minimap funktioniert irgendwie nicht mehr. Es zeigt einfach die anderen Spieler nicht mehr an. Ich habe ein Goldschwert. Dann, eine Geile Rüßung. Hast du ein Steinschwert? Ja. Ja, der Kompass braucht mich nicht. Ja, der Kompass braucht mich nicht. Doch, draußen. Oh, jetzt eine Kiste. Ich habe auch so schöne Hosen, wie du hast. Nee. Sexy. Außerdem, wir haben den gleichen Skin. Äh, also nicht den gleichen, andere Farbe. Ich werde euch Ihnen gleich mal zeigen. Komm mal. Ja. Äh. Wollen wir hier runterspringen? Nein, da, doch. Gehen wir auf den dort beim Schiff? Do I anymore? Okay, gehen wir auf den. Äh, ja, ihr seht, wir haben die... Ich habe ihn einfach schon blau, aber ich habe ihn orange. Ja, du... Genau, Alter, was macht ihr hier? Vorne. Egal, gehen wir mal aufs Schiff. Ja, dann haben wir... Dann gehst du. Auf das Schiff? Das geht doch nicht so. Ah, ich... Bagger unter Wasser. Scheiße. Wow, ich sterbe noch. Okay, doch nicht. Du stirbst wegen Wasser. Da ist der einer. Wow, da. Ich komme ja gar nicht... Oh, komm, 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 komm. Loh, der hat... Ah, Steinsport. Hau mich nach vorne. Ja, aber ich kann nicht. Ich bin zu weit hinten. Lauf mal. Mach Sport. Der schlägt dich gar nicht. Ah, doch jetzt. Ah, der versucht es. Ich habe sogar einen Fisch gegessen. Klacken! Ja, du kannst gerade hier lassen. Das ist das Steinschwert. Gut, schau mal. What the fuck, was ist das? Das ist so ein Helm. Komische Helm. Gib dir den Steinschwert. Das ist ein Steinschwert. Ah, er hat ein Goldschwert. Ähm, hat es nicht. Ich habe auch einen Goldschwert. Ich habe sie gerade gegeben. Ja, ich weiß. Aber es ist nicht so. Meine... Na, wow. Ich habe einen Frisch, den Fisch. Den Frisch. Ich bin frisch. Gehen wir mal oben hier rüber. Schauen wir mal, was dort ist. Weil wir kennen ja die Map, weil hier oben waren wir noch nicht. wir gehen dann fast immer in die gleiche Richtung, aber dieses Mal war das anders. Eigentlich gehen wir darüber in der Kiste. Wo? Fleisch und Essen. Getrank, Wasser. Wo geil ist ein Keller oder so? Mit einer Kiste. Ein bisschen. Ich habe Erfahrungsfläschchen, den Rest brauche ich nicht. Ich bin hier unten. Wo bist du? Wo bist du? Bist du jetzt nicht auf die Insel hier gekommen? Nee. Komm wieder an den Ort, wo wir vorhin waren. Bei der Kiste da. Ich bin da. Ich bin da. Bist du? Ich bin gar nicht im Wasser, ich komme gleich. Ich habe sowieso ins Wasser. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Ja, ich habe gesagt. Jetzt. Ja. Cool, er hatte. Was da? Was sollte das? Ich gehe hier. Ich habe kein Essen. Ich kann kein Essen. Hast du einen Bogen? Ja. Nein. Nein. Aber ich nicht. Ah! Du brauchst auch schnell an die Möglichkeit. Ich bin unter Wasser. Okay, wohin gehen wir jetzt? Uns Wasser? Ja. Ach, du bist schon da drüben. Ja. Ah, jemand hat einen Blister gefunden. Egal. Den habe ich letztes Mal auch gefunden. Den hatte ich gefunden. Den hatte ich gefunden. Aber ich habe gestern Abend auch nur eine Runde gespielt und da habe ich ihn auch gefunden. Aber ich habe irgendwie so Kannibal oder so habe ich genommen. Und dann hat es mich in die Luft gesprengt und dann war ich tot. Ich weiß nicht mal wie das überhaupt geht. Oh, vielleicht. Lecker stehen. Ähm. Kann man das eigentlich abbauen? Nein. Nein. Doch kann man. Also man kann sich raufpacken. Wenn du wahrscheinlich weißt. Nein, jetzt geh nicht. Geh weg. Geh weg. Was hat das? Ne, gehen wir nicht hier rauf. Da vorne geht das viel einfacher. Da hat das so Dings da diese Teile am Baum. Hier kommt man nicht mal durch. Teile tut das richtig gut beschreiben. Okay. Ähm. Ja. Komm, gehen wir mal aufs Schiff. Da drüben. Aufs Schiff? Da, wo wir vorhin waren. Aha. Wieso? Da war schon jemand. Nein. Aber der war so kurz drauf, dass der konnte gar nicht alles holen. Ja. Ja, ist egal. Du hast Typen. Ja eben. Da oben ist ja einer. Wo? Auf dem Schiff. Ist keiner. Doch. Ich sehe es auf der Minimap. Ne. Eben. Aber komm trotzdem hierher. Weil wenn du gekillt wirst oder wenn dich jemand angreift, dann bist du einfach scheiße dran. Wo bist du überhaupt? Bei diesem Schiff. Was? Okay. Sag. Sag, sag wenn jemand... Alter, ich komm da einfach nicht hoch. Ah. Ich brauche zu essen. Okay, ich bin jetzt auf dem Schiff. Oh. Ich sehe dich. Nicht. Seh dich nicht. Bist du? Auf diesem großen Schiff da. Ah, mein Stab. Nein. Oh, ich wäre fast runtergefangen. Oh ne Kiste. Hehehe. Okay, aber hier war ich glaub ich trotzdem schon wer... Ich hab's gesagt. Nein. Oh ne Kiste. sind wenn ich das nur das ist gar keine Kiste was für eine Verarschung bist du auch auf dem Schiff? Nein wo bist du dann? äh auf der Brücke das war schon jemand ok ich komm mal los es sind nur noch 6 Spieler drin also 4 Gegner ja aber auf welcher Brücke das war die Brücke ja du hast gesagt dass du auf einer Brücke bist ah da drüben warte ich komm auch warte ich komm auch komm mal los wir müssen es machen ok 10 Minuten ist deathmatch wir müssen alle Gegner bis dann haben wir glaube ich die Gegner gekillt oder so vielleicht ist da oh alle Kisten sind gesettet worden und die sind beim Spawn wie geil aber wir müssen auch aufpassen weil hier hier hinkommt ich hab ein Steinschwert öpfel komm ich komm hoch mega wenig äh oh es ist wieder einer weniger als nur noch 5 wir brauchen schon ein ein Eisenschwert wär geil wir brauchen viel Essen hm Essen 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 lol ist da oben nicht ne Kiste ja ich hab 29 ja ich hab 29 Pfeile aber kein Bogen warte kurz ok 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 ich hab auch noch Erfahrungs Zeug ich ich suche noch in der Kiste in der Kiste ob es noch mehr hat Schafnis 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 ist denn das? Hauptsache du hast es noch auf Englisch gestellt wenn jetzt wer kommt über einen am Arsch ich hab gleich ok 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 gehen wir jetzt mal zu Fries ich hab ja 45 1 wie viel Level hast du noch? 5 3 komm mal ähm oh verdammt 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 ich bin da grad runtergefahren egal komm auch ne ich war auch dies mit Stratiba der Baum brennt ach ok komm jetzt mal ja ich bin kein Schaden komm ah da gab es ja noch mehr Küsten los hol sie ein Eisenschwer war mal gut ich geh mal ähm runter zu dieser Stadt wo wir viel sind weißt du welche äh ja dieses kleine Dorf da unten ja mach mal los komm dann auch warte hier ist noch ne Kiste äh das sind mehrere Kissen aber Essen ich habe eine ziemlich schlechte Rüstung ich brauche mal bessere Rüstung oder so ich bekomme so viele Sachen aber kein kein keine kein Bogen so viele Sachen aber kein Bogen ich habe wieder Eisenschuhe ich bin in dem kleinen Dorf wo du gesagt hast ja ok warte ich also bist du auch gut? ja ach komm jetzt gleich hier glaubst du den Namen ne ich sehe ihn nicht das ist gar nicht dieses Dorf es ist gar nicht dieses Dorf es ist einfach irgendein Dorf ist einfach irgendein Dorf was ist denn das für ein Dorf? boah wo sollte die Kiste sein? wo bist du jetzt? ich bekomme so viele Sachen aber kein blödes boog äh kein blöden Bogen oh ich fände dich nicht mehr ich bin ich bin in dem Dorf wo du gesagt hast ich bin in dem Dorf wo du gesagt hast ok ich komm auch mal das nicht ich will ich will einen Bogen haben aber die Kinder keinen Bogen das hat es ihm getan ich bin schon böse doch bist du pfff hast du hast du hast du irgendwie ein ein ähm Eisen oder so? nein hast du ein Eisen? nein also fragst du mich doch oh ich habe aber schon mal Stöcke das ist gut ich habe auch Stöcke jetzt brauchte ich einen Faden dann könnte ich mir einen Bogen machen aber da kommen keine Bogen oder Faden ich weiß schon mal ok also wenn ich er oh es ist die da drüben hm die Stadt glaube ich habe ich gefunden was tut denn wenn du nicht da warst was? siehst du mich? nein doch du hast einen 5 Minuten Stress mit doch 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 da ja ich bin schon ich bin schon gehen wir mal diese Kisten leeren glaube ich schon ok aber kein Bogen von 5 Kisten warte mal ich glaube da hinten ist dieses Schiff ja wo äh Kiste Kiste nein Kiste will diese Kiste haben nein Gott ich habe schon 5 Erfahrungsflächen jetzt aber kein Bogen ich bin mehr Erfahrungsflächen das Bogen lebt der eigentlich mit dem Blitz da noch? keine Ahnung ich denke nicht wieso? weil der hat ja auch ein paar ein bisschen Vorteile ja aber wir sind zusammen 5 Alter noch 3 ich musste das Essen wo genau der ist gestorben und das das ist der der den den Stern hatte den Blitz da wieso bist du jetzt wieder hinter mir? da bist du überhaupt? ich brauche noch der hat volle alter der hat volle Rüstung der Rüstung der Typ komm Achtung lauf einfach jetzt nur noch laufen nein wieso? er ist tot er ist gleich tot alter wenn wir den bekommen haben ich geh auf komm jetzt warte geh weg geh weg ok nein nein er hat nur noch 10 Herzen gut oh nein oh geh weg ja ok ich hab mir noch keinen Scham gemacht ok jetzt jetzt holen wir ihn jetzt kriegen wir ihn geh drauf geh weg geh weg oh der hat alles der hat alles das BIP war schon oder so oder so ok weg 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 oh noch 7 Hertz noch 7 Hertz lass nur dich hab noch voll alter es leckt ich sterbe ich sterbe ich verdrohte yes ok das war sicher eine geile Runde wenn es euch gefallen hat schreibt doch ähm gebt uns doch ein Like Feedback Abo oder schreibt einen Kommentar wenn wir was verbessern sollen und ja und teilt es auf den freunden Sub-Listen und ihren Eltern haha ja ok tschüss adio Mülte